Jo Leute und damit Willkommen zurück zur Spark Challenge mit Zantos und schneller Durchstart hier Und ich wollte grad sagen, wir haben mit Wicke, äh, mit der Gruppenprojekt Ja, weißt du? Spawn, Creeper Und Zwischbomb oder wie? Ja Tot? Nein Gerade Ich hab's ja noch gehört, ich konnte wenigstens noch blocken Ja, aber das war auch eben gut, ich komm rauf was ist Mit einmal ist dann kommt so'n Zombie um die Ecke geschissen Weil da eben keiner war Aber wir nehmen mal das Gold auch noch mit Boah, ey, noch ein Zombie, noch ein Zombie da oben Wollt ihr mich ver... Ja, die springen aber natürlich da oben runter, ne? Um einen zu kriegen Natürlich Boah, Skelettereck, ey, kickt mich nicht da rein, ich war noch Wollt ihr mich verarschen, ihr müsst sicher, wie viel kommt Weil ich die alle mal angreif, ne? Toll, aber was soll ich machen, wegrennen oder was? Ja Ne Wann mal hier war ja... Ach nö, jetzt hab ich keine Schaufel dabei Ich muss zurück Schachtelicht Was geil ist, Sprint-Taste gedrückt halten, was essen und dann sprintet er gleich weiter Aber mit 1,75 war das irgendwie so, dass du richtig schnell Hunger verlierst, ne? Ja, durch Sprinten So, normal Halt für mich Halt für mich Neu Centos Ach so ruhig Abstone Aber ich dachte, dass wir erst mit 1,75 oder so das Fischbund hast, für den kannst Nein Mh Mh Weil ich das nie genutzt hab Nö tö tö Ja, Kohle sammeln Wow Sehr schön Yay Ab und zu gibt's dann keine Erfahrungspunkte, weil keine Glücksspickzacke drauf ist Öfenlärm Sack Sack Jetzt hab ich 7 Level schon wieder So, wo kann ich den Stein denn jetzt reinschmeißen? Hab ich Holz Haha Ich glaub' ja nicht Das ist doch mal Mangelware bei mir, Holz Was ist jetzt mit Holz? Truhen bauen Ach ne, hier oben hab ich ja noch Lehrer zu tun Stimmt ja Oh, bescheuert manchmal echt Sehr ruhig Was denn? Nö, ist schon gut Ich wollte ja nichts sagen Äh, Schaufel Nö, du doch nicht Du willst doch nie was sagen Nein Ach Nö Haha Boah Letztens darf dich bei Seafest nach Pixen spielen Was? Warum? Ja Weil ja natürlich Titten Szenen bei waren, die gepixelt werden müssen Weil YouTube das ja nicht mag, weil du sonst gleich nen Strike der durchkriegst Ohhhh Mh 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 Ähm Zwei Folgen 2 Stunden oder so, dass ich gewand Mh 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 das haupt zensieren muss wie die kacke werfen und sowas also nicht gibt es ja auch funktion ich mache hier weg und da sind dann ist ein lapis langweilig ja ja da war ja alles was bringt also kann es auch ganze stein abbauen einfach stein hat was bringt ja normalerweise ja weil du musst ja nur noch in ofen einwerfen dann hast du davon auch eps sehen kann es alles abbauen ja hier ist noch mehr natürlich kommen level 30 gleich bei mir dauert das noch ein bisschen aber ich bin schon wieder da siehst du ja wenn du anfangen bis dann geht es schneller aber so die letzten level werden nur noch eine öde ja und wenn er schankt nicht glaubt das schank ist auch zu weit weg sonst würde da auch gerade weiter verraten deine glaubt der schank ist weit weg deswegen fehlt noch chunk lauter ja normal ja chunk lauter weil wir jetzt die farm immer noch am laufen mit dem skeletten weißt du wie schnell du sachen mal verzaubert hättest dann wieder ich ja aber nicht für bei mir war es auch kein problem weil ich sowieso immer drauf gehe obwohl bei mir schon ganz viele öfen genug kohle habe ich ja ich brauche jetzt mal wieder kohle ich hatte jetzt so ein stack und zwei glaube ich da drin liegen und ein bisschen so ersatz für fackeln aber noch habe ich genug muss so ein bisschen machen das soll ich auch schon wieder noch mehr ja level 30 und mehr schöner 19 stück zum glück kannst du acht stück ein ganzes weg kam ja das wäre schon wieder nicht egal zweifel ist sechs habe ich schon geht das denn bei holzkohle eigentlich auch ja ja klar vor allem zu haben wirklich kreuz und dann machst du die kohle wir fangen wir farm den holz so viel war eine ahnung habe ich immer damals im single player am anfang von holz gefahren daraus aus holz holzkohle gemacht und dann habe ich jetzt mal wenigstens essen hatte naja wenn du so ein modpack spielst dann kannst du das automatisch machen lassen zumindest wenn du modpack machst wo du kein energie keine energie bei hast also nur irgendwas was ein baum jetzt habe ich keine fackel mehr scheiße ich höre die ganze zeit spinnen hier aber überall wo erde ist erde weg machen vielleicht sind da ja ich kann ja nicht weg sind monster ohne hände das wird es dann cool war ja nicht viel nimmst du iron golem räum mal ein bisschen auf hier denkst du der hört auf dich kann auch was tun der iron golem so jetzt ruhig haben wir die ganzen creeper ran und der macht die arbeit denkst du der hört auf sowas wie dich ja haut aber erst die zombies weg zum eisen golem ah kohle dreck weggeräumt dann finde ich kohle wie der macht die creeper gar nicht weg ich bin der mann und da war was dass die creeper nicht angreifen dass die creeper nicht angreifen was für ein idiot und dann würde ich das nicht dir das ist wie wir ja die 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 du noch weiter das ist unglaublich ja toll und das schießt sich immer wieder muss tricks die skelette hat sich sowieso ja auch hier bin ich durch kommt manchmal kommen sie dann nicht mehr sprint dann daran weil die schlagen nicht dann immer wieder weg oder du musst irgendwo hoch und die schießen sich gleich wieder runter da kommst du gar nicht voran wie dann so auf die nerven manchmal oder hast gerade ein skelett ein creeper hinter dir im box das skelett dich erstmal zum creeper wieder hin denkst du auch so wie hier was mache ich denn jetzt jetzt am besten bogen machen jetzt in augen hatte man braune pilze rein damit kohle 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 1 1 und ich kann auch fertig machen dass wir alles fertig waren wieder nebenbei auf die uhr schauen ja so ein bisschen hatte noch mal immer vorbeischauen ich mache immer wieder den fehler die man eigentlich nicht machen sollen zwar ein block unter sich weg haben jetzt auf strafe verbrennen ich brauche diamanten noch diamanten ja ich so nicht ganz erst mal ja toll ich habe nur sechs stück kann ich glaube weniger und da ich das ganze weg schon aus diamanten gemacht haben muss das also weiter verwenden also noch kann ich mir die spitzsacke machen das ist ja nicht das kann ich viel ich habe ich habe 15 diamanten so wie es den bogen auf level 30 stärke 3 zu kotzen nur die stärke 3 bis jetzt immer zwei sachen ich habe ja noch genug knochenmehl das heißt geht es immer schön morgens an die bug switch fahren um das zu machen glaube ich dann auch nicht das noch ein bisschen ein dass wir schmelzen können dann das ist ja nicht mein problem wenn du es nicht hast ich will mir das ding auch gar nicht bauen ich habe keinen bock drauf ich könnte eine ganze nation nachher später mit ernähren ich bin nicht viel zu faul zu sein und das ding zu bauen das war glaube ich die 1 mit der ersten sachen nicht mit gebaut habe ja hattest du auch wackel weiter weiter geht es das noch mehr redstone ja ja eine minute hier noch dran stehen ist ja nicht schlimm nö und farm ist ja auch nicht so schlimm ne leute schreibt es mal in die kommentare farm magst du farm mag jeder ja haha könnt ihr mal in die kommentare schreiben wie gerne ihr das mögt nicht ohne minuten n n n und ist ja so einfach mit der bug switch fahren was die pferd der kartoffel einfach sehr gute ist ja dann ja gleich an drei sechs kartoffeln fertig nio warum nieder ist nicht schicken das ist nur ausnutzen eines bachs was hat's rum gemacht kommt der denn her k die kommen unten aus meinem loch bleibt erstmal schön da unten creeper wo ich mal runter gehe zu meiner mine ah da kommen wir herum die so kann der platz war ein hund ist drauf gegangen ich höre hier in endermen aber ich habe keine ahnung look mal auf die ur ja dann bis zum nächsten mal leute ciao Ciao, ciao.